Der schwere Sturm Iota hat in Mittelamerika und Kolumbien mindestens 21 Menschen das Leben gekostet. Mit mindestens 16 Todesopfern war die Zahl von Nicaragua am höchsten. Dort war Iota als Hurricane der Kategorie 4 mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von 250 km pro Stunde nur knapp unter der Grenze eines Sturms der höchsten Stufe auf Land getroffen. In Folge zog er weiter über Honduras und schwächte sich dabei immer mehr ab. Am Mittwoch handelte es sich noch um ein Tiefdruckgebiet. Die Opferzahlen dürften weiter steigen, da viele Gegenden wegen Überschwemmungen, Stromausfällen und anderen Sturmschäden zunächst unzugänglich waren. In Nicaragua waren nach offiziellen Angaben 28 Brücken beschädigt. Auf einem Berg im Westen des Landes kamen laut Regierung bei einem Erdrutsch mindestens sieben Menschen ums Leben, darunter drei Kinder. Der Sturm traf auf eine Region, die sich noch nicht von den Folgen des letzten Sturms erholt hatte, der knapp zwei Wochen zuvor als Hurricane der Stufe 4 in Nicaragua Land erreicht hatte. Mindestens 174 Menschen starben, 74 davon in Honduras und 46 in Guatemala. Knapp 100 Bewohner eines Dorfes in Guatemala, das verschüttet wurde, gelten noch immer als vermisst. Tausende Familien haben ihr Zuhause verloren, 1,5 Millionen Menschen brauchen dringend humanitäre Hilfe. Iota war der 30. Sturm in diesem Jahr, der stark genug war, um einen Namen zu bekommen. Der bisherige Rekord lag bei 28. In der diesjährigen Saison haben sich so viele starke Stürme gebildet, dass die 21 dafür vorgesehenen Namen längst aufgebraucht wurden. Die zunehmende Intensität tropischer Wirbelstürme ist laut Experten eine Folge des Klimawandels. Die zunehmende Intensität tropischer Wirbelstürme ist laut, dass die Zunehmende Intensität tropischer Wirbelstürme gebildet wurde.